Ich bin gekommen, um Danny zu sehen. Oh, Sie wollten ihm das da bringen, wie niedlich. Mrs. Gordon badet ihn gerade. Ich möchte, dass Sie reinkommen. So können wir gleich etwas klarstellen, endgültig. Und was, Alexis? Lassen Sie das am besten da, denn ich will nicht, dass Sie jemals wieder hierher kommen. Tja, Sie haben es endlich geschafft. Sie haben es endlich geschafft, mir Fallon und Adam gründlich zu entfremden. Ich bezweifle, dass er es sich gefallen lassen wird, wenn Sie versuchen, über sein Leben und meins zu bestimmen. Steven, wie geht es? Mutter? Crystal? Störe ich bei einer Auseinandersetzung? Eine Auseinandersetzung? Nein, nein, wir haben... Moment. Hallo? Hallo? Ja, Vater, ich höre, was gibt es?